Morgen wird wahrscheinlich der wichtigste Tag in meinem Leben. Aber die Jungs haben mich dann doch noch überzeugt, dass der heutige Abend was ganz Besonderes sein wird. Und was soll ich sagen? Sie hatten recht. Dabei ist mir eines ganz klar geworden. Irgendwie sind wir doch auch ein Hund fürs Leben. Auf die Freundschaft Holsten Pilsner